Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Ne, 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 wir machen uns einfach nur mehr Arbeit. So, hab ich ihn einmal so getroffen. Mach deinen Arsch, du, mach dir aus meiner Leitung raus, du Firme. Ich nehme an, ich hab mich da gerade verhört. Leute, Konzentration. Der Eimer ist klein, ja? Der Wagen groß. Der Eimer muss ja auch mal voll sein, oder? Oder stackt sich das da drin? Glaube ich nicht. So, das war alles, ne? Gehen wir mal Cash machen. Gehen wir mal. Das ist minimal mehr als am ersten Tag. Also, ne? Minimal mehr als 100. Das passt jetzt wieder nicht in den Eimer, oder? Ach, guck mal. Mein Geld kann ich nicht verkaufen. Okay. Okay. Guck mal, es fällt nicht raus. Sehr gut. Ein leuchtender Eimer. Kann ich nicht nur noch warten machen? Ziemlich ausgestorben hier, ne? Hätte ich vielleicht hier verkaufen müssen? Wollen wir gleich mal gucken. Da hab ich ja schon mal immerhin ein bisschen Kohle gemacht, ne? Boah, der Sigi wahrscheinlich, ne? Immer dieses Arbeit, ey. So, darf ich jetzt TNT kaufen? Will ich sprengen. Schnell Erde wegzugraben oder Erdklumpen zu zerteilen. TNT wird aussortiert, okay. Aber das ist ja alles in Anglerräuse, okay? Oh, das ist fester Boden hier. Nice. Weltkarte haben wir schon. Minelm. Kopfbeleuchtungsgerät, cool. Aber 361. Was sind denn denn für Preise hier? Bin gleich wieder da. Also ich bin immer noch ganz da, ne? Aber ihr kennt das ja schon. Oi, 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 oi. Ich glaub, wir haben auch die ganze Zeit auf dem falschen Table verkauft. Meinst du, Alex? Pass auf, dann schmeiß ich mal kurz mein Geld hier raus. Boah, ich lebe den Eimer von da oben nicht. Oh, ja, glaub ich, der Sigi, ey. Lass ihn nicht ärgern auf der Arbeit, ne? Nee, anscheinend brauchen wir die doch für was anderes. Oh, daneben. Treffen muss gelernt sein. Aber ich glaub, da oben kann ich's besser verkaufen. Jetzt hab ich so viel geackert und für den Minimallohn hier, ne? Schlafen wir mal bis zum Tag. Hat man Lämpchen vergessen, ne? Wo waren wir? Wir können die ganzen Wagen mitnehmen. Rück, shift, mach schneller. Na, dwa, drei, zwei. Tröpp, schlafen 들어 bisschen wiederum. Aber bei der Ahnung. brag vorne, möglich. Ja, immerhin. Kann ich ja auch einstürzen. In meinen Eimer. Zweimal Eisenerz. Das ist aber nicht gut. Ich will gar nicht tiefer buddeln. Ach guck mal, ich kippe auch um, wenn ich mich ducke. Die Musik erinnert mich irgendwie so ein bisschen an City Skylines, ne? Auch so ein Gedudel. So. Nehmt doch die Bürste, wenn ich draufklicke. Wollt. Die können wir auch so befüllen. Ja, das muss man erst mal wissen, ne? Doch, der ist voll. Und dann können wir damit... Ich kann også mal kurz rein. Ich kann alsoen Geburneung. Ich kann alsoen Geburneung. Bei mir... Wie? Aber das ist... Ich kann auch ein wenig versuchen. Ich kann auch etwas tun. Und wenn ich jetzt... Ich kann auch nicht mehr... ...k房ben. Da liegt auch noch einer. Na, macht das nicht Spaß? Ja, ich glaube, der Anfang wird so ein bisschen zäh, ne? Wenn das jetzt so die ganze Zeit weitergeht. Nehmen doch den... Vielleicht sollen wir uns auch noch einen Eimer dazukaufen. Oder drei. Schlussendlich müssen wir trotzdem rennen. Ja, mach mal, da sind schon ein paar Golddinger drin, ne? Ein paar kleine Nuggets. So, pass auf, wir probieren das jetzt erstmal aus. Oben im Schloss zu verkaufen. Dich nehmen wir mit. Oh. Der brauche ich nicht, ne? Nee. Licht haben wir genug. Ganz anderes Geräusch. Ich kann mich noch nie mal umgucken. Schlecht geparkt. Ach komm, das kann ich nicht abstellen hier, oder was? Komm, nie so weit. Jetzt sehen wir überhaupt nicht an, wie viel ich kriege, ne? Hmm. Ehm, da haben wir den Karren voll Gold. Äh, nicht Gold, sondern Geld. Entschuldigung. Ja. Witzig! Sehr amüsant! Find ich grad gar nicht. Gut, also hier können wir anscheinend auch nix verkaufen. Alles umsonst. Kann ich auch nix umschalten. Sah so aus. Ist mein Eimer. Dann packen wir wieder alles um. Wir haben sonst nix zu tun. Jetschlands corresponds! Turns noch ein Bundesweit!